Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem, sagen wir mal so, ein neuen Video, ja. Wow. Nach zwei ganzen verkackten Monaten auch mal ein Video von mir wieder. Tja, und da habe ich mir mal was Schönes ausgedacht, nämlich ein 99-Runden-Rennen in GTA. Kleine Bestrafung für mich, da ich ja jetzt... Warte mal, jetzt... Alte ist das hell. Sekunde mal. Sieht schon ein bisschen besser aus. So, ähm, kleine Bestrafung, dass ich jetzt zwei Monate lang kein Video hochgeladen habe, obwohl ich jetzt wieder richtig Internet habe und obwohl ich jetzt die ganze Zeit eigentlich Videos hätte machen können, wegen Ferien und so'n Scheiß halt, ne. Tja. Tja, da fällt mir so nix ein. Ich war einfach zu faul, welche zu machen. Na, starten wir mal den Scheiß. Alter, irgendwie ist es auf der Aufnahme voll hell. What the fuck. Alter, ich kann ja selbst... Komm, auf, erkennen. Alter. Etwas besser. Das wird ein langes Video, aber ich werde zerkürzen, dass ich nicht zum Schluss noch ein ganzes Stunden-Video habe. Und ich habe eigentlich vor drei oder vier Monaten mal einen Kommentar gehabt. Ein Kommentar. Haha. Ähm, wie viel Geld ich bei meinen letzten 99-Runden-Rennen hatte. Da habe ich auch diese Map gemacht, habe ich auch 99-Runden gemacht. Aber leider ist bei Runde 45 auf einmal Internetwecker gewesen und bam, hat nichts mal funktioniert. Schade. Aber... Jetzt mal kurz konzentrieren. Go. Yay. Ähm, danach hatte ich nichts mehr gemacht. Schade. Eigentlich dauert so ein Rennen jetzt hier 99-Runden. Pro Runde immer 30 Sekunden. Wenn es hochkommt, mal eine Minute. Wenn ich scheiße fahre. So ist es eigentlich immer. Ähm, ich werde es ja kürzen, sonst dauert es ja eine Stunde. Und ich will kein Stunden-Video hochladen. Und das ist langweilig. Nicht für mich, sondern für euch. So, erste Runde. Saubere Runde. Cool. Ich fahre jetzt ein bisschen hier rum. Ich bin eigentlich nicht so ein gesprächiger Typ, bin ich eher weniger. Ah. Auf Huppe drücken. Und das meine ich. Aha. Ich bin zu doof, Auto zu fahren. Da kann dann auch mal eine Runde in der Minute dauern. Ich weiß jetzt schon wieder nicht, wo ich stehen geblieben bin. Aber. Dieses Video. Kommt. Bald. Also für mich jetzt bald. Für euch, wenn ihr es seht, ist es halt da. Ich bin so doof, ich rede schon wieder so viel Scheiße, ey. Ähm. Was sollte ich jetzt sagen? Ich muss kurz mal nachdenken. Das Video hier, was ich jetzt gerade mache, kommt am Montag. Das bedeutet, das ist der Dritte. Heute ist der 31. Also heute ist Freitag. Äh. Ich werde es ein bisschen vorproduzieren. Dass ich endlich auch mal Videos habe, wo auch mal täglich was kommt, auf meinen Kanal. Weil. Muss doch irgendwann mal was passieren. Ich. Quassel die ganze Zeit. Hey, ich hab YouTube Kanal. Ja. Kommt bloß nix drauf. Ist voll scheiße. Ich bin schon bei Runde 5. Toll. Und. Ja. Immer alles so wie gewohnt. Ja. Kackbomben. Ähm. Alles so wie gewohnt ist es. GTA kommt. Yay. Beschneidigung aufgesammelt. Scheiße. Also es ist für mich wieder mal zu schnell. Eine 6. Sehr toll. Ähm. Also Minecraft kommt wie immer. GTA kommt wie immer. Halt. Immer noch in meine scheiß Qualität. Da ich mir immer noch kein PC geholt habe. Weil. Sind halt ein bisschen teuer, ne? Ich rede gerade. Alles wäre durcheinander. Alles was mir gerade in den Kopf rein. Einfällt. Weil. Ich sonst nicht weiß was ich sagen soll. Weil. Das. Aufnehmen gerade kam so spontan. Es ist jetzt irgendwie mitten in der Nacht oder so. Keine Ahnung. Ich hab. Meine Mutter ist in dem Abend im Zimmer. Und die findet YouTube sowieso. Unnütz. Das ist eben so n. So n. Blödsinn. Nennst du das. Wenn ich sag. Ja. Ich mach mein Video. Interessiert sie nicht. Oder auch. Wer redet da denn von der Scheiße. Und. Schreibt mal in die Kommentare. Wenn ihr sowas kennt. Wenn eure Eltern auch sagen. Dass YouTube unnütz und scheiße ist. Finde ich zwar nicht. Aber. Jeder wie er mag. So. Also wir sind schon im Video. Vier Minuten. Ich wollte es eigentlich kurz halten. Dass das ganze Video nur 10 Minuten lang wird. Ich glaub. Jetzt mach ich mal einen Cut. Und. Dann. Höchstens bei. Runde. 60 oder so. Mache ich denn weiter. Mal sehen. Weil mir fällt gerade sowieso nix ein. Wenn ich bei Runde 60 bin. Ich bin jetzt bei. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ähm. Runde 9. Scheiße. Nein. Scheiße. So. Ich bin jetzt bei Runde 36 schon angelangt. Und langsam tut mein Zeigefinger weh. Aber ich wollte es ja so. Und ich hab immer noch nicht auf die Uhr geguckt. Oh und ich hab grad weggeguckt. Ich hab immer noch nicht auf die Uhr geguckt. Wie spät es ist. Aber es müsste eigentlich irgendwie mitten in der Nacht sein. Oder. Naja. Es ist eigentlich nach 0 Uhr. Schön. Mitten in der Nacht. Video mal zu machen. Einfach so aus Langeweile. Wer macht das heute in der Zutage nicht. Eigentlich wollte ich nur. Kurz ne Anmerkung machen. Dass mein Finger ja schon weh tut. Mein ganzes. Auf RT drücken. Diese Bomben die nerven ey. Alle paar Sekunden kriegt man so n scheiß Ding ey. Die gehen in einen Supfensack ey. Racket neben Raketen ist mir doch scheißegal. Bomben und Raketen ist für mich das gleiche. Okay fast. Raketen kann fliegen. Bomben lassen einen fliegen. Ja lecker mio alter. Lecker mio. Ich kann absolut keine Autofahren in GTA. Zeit neuesten. Na ja. So lange wie ich jetzt keine Videos gemacht hab. So lange hab ich auch kein GTA mehr gespielt gehabt. Nur ganz wenig. Jetzt in letzter Zeit hab ich jetzt wieder richtig viel gespielt. Deswegen hab ich mir so einen komischen Geländewagen gekauft. Den hab ich so umgebaut. Vielleicht häng ich diesem Bild auch von hinten dran. Wenn ich hier irgendwann mal fertig bin. Weil ich feile schon fast 20 Minuten und ich bin zu doof dazu. Ah das kann man gern gehen. Mein persönlicher Rekord. Toll. Im Video bin ich schon bei 8 Minuten. Wenn ich's noch ein bisschen zu gericht schneide sind's entweder weniger oder mehr. Aber ich glaub noch mehr weil ich noch was reinschneiden will. Hab ich bei anderen YouTuber mir abgeguckt wie man das schon macht. Ich bin so kleiner Schlingel. Das ist voll blöd. Weil ich hab das in mein Handy. Ja ich nehm mit mein Handy auf. Ich hab's in mein Handy so angespeichert dass ab 0 Uhr mein Display auf Helligkeit Nummer 0 geht. Deswegen ist es jetzt ein bisschen dunkel und ich kann da drauf fast gar nichts erkennen. So Leute jetzt noch 29 verkackte Runden ey. Boah ich häng hier schon seit 33 Minuten. Es wird langweilig. Das Video wird auch immer länger. Haha länger ab. Egal muss ich nicht verstehen. Outsider Witz. Ich bin nicht witzig. Yay 28 Runden auch. Komm jetzt irgendwie wieder so ein richtiger Fail. Wo ich dann einfach mal das Video kappen kann. Irgendwas anderes dazu schneiden kann. Dass es witzig wirkt. Nein. Okay. Toll. Echt toll. Naja. Schreibt mir in die Kommentare ob ihr solche Videos hier öfter sehen wollt. Ich glaub mal eher weniger. Würde mich auch nicht wundern. Es würde mich nur wundern, wenn wirklich irgendein Mensch sich das Wesen mal in die Kommentare schreiben würde. Das wäre so hammermäßig. Ich hab was im Auge. Nein. Aua. So. Schon besser. Ah. Ich bin so gut ey. Ach Gott. So. Die Kack Rakete. Die Dinger nerven aber mal richtig. Ich weiß nicht ob es auf der Aufnahme auch dunkel ist. Das wäre nämlich scheiße. Glitch oder cheat oder scheiße. So. 97 Runden. Noch zwei. Und die fahren wir jetzt gemeinsam. Das hört sich komisch an. Weil ich eigentlich am Fahren bin. Und ihr guckt das Video an. Und naja egal. Puh. Schon 46 Minuten. Ich hätte schon gedacht, dass es so lange wäre. Und ich schaffe es schon wieder. Und krach irgendwo gegen. Ach Gott. Das wäre nur halb so lang. Würde ich nicht überall gegenfahren. Was ich gerne immer mal tue. Weil ich nicht so oft mit meinen Adder fahre. Ich habe ihn eigentlich nur in der Garage rumstehen. Apropos Garage rumstehen. Dumbheit tut weh. Mein Stuhl meldet sich. So. 99 von 99. Juhu. Also ich wollte auch mal meine Garagen zeigen. Zwar ist da nicht so viel drinnen los. Aber wäre immer was anderes. Mach ich eigentlich nicht. Hab ich besser gesagt noch nicht gemacht. Wollte ich mal machen. Kommt denn irgendwann mal. Die Tage lang. Und. Endet. Cool. Yeah. Ich bin erster. Wie ich das bloß geschafft hab. Oh. 47 Minuten. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Alter ist das hell. Ich fahre hier fucking 47 Minuten und krieg gerade mal 8000. Das gefällt mir. So. Wir haben mal freien Modus. Ich glaube ich habe den Wagen ausgewählt. Dann kann ich euch den mal gleich zeigen. Weil. Ist ja noch im Rahmen. Wenn ich jetzt hier noch so 1, 2. Entschuldige wenn das zu laut ist. Wenn ich jetzt so 1, 2 Minuten. Was bearbeite. Werdet ihr ja sehen was ich denn gemacht habe. Ja. Das ist der Wagen. Erstmal Radio. Ich mach mein eigenes Video. Äh. Video. Was glaub ich schon wieder. Man merkt es ist. Mit der Nacht. Also ich mach meine eigene Musik dahinter. So. Punkt. Aus. Fertig. So. Das ist jetzt so mein. Lieblingsauto. Und mein neues Auto. Da hab ich jetzt so viel. Alter. Nerv mich nicht. Verpiss dich. Also. Da hab ich jetzt schon so viel Geld reingesteckt. Müsst du mindestens schon so 700 oder 800.000 sein. Und ich hab extra nur mein Schild angefertigt. Ähm. Schnappmärkig. Einmal schwarz. Haha. Da ist das schöne Ding. Vorher hatte ich immer Dr. T-Sol draufstehen. Jetzt hab ich einfach nur eine 1. Geil. Finde ich geil. Falls jetzt wieder welche fragen. Wie hast du das gemacht? Alle denken wieder an Mod oder sonstige Scheiße. Hallo. Erstens Online-Modus. Zweitens. Es gibt. iFruit App. Wer nervt da? Nö. 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 Wieder Simeon. Ja. Wie soll's auch anders sein. Der Typ nervt ey. Also man kann über die iFruit App verschiedene Nummernschilder machen. Bis zu 30 Stück. Aber die sind teuer. Das erste war ja kostenlos, das mit Dr. T-Sol. Aber das zweite jetzt mit der 1 drauf. Das hat 100.000 gekostet. Alter. Da wollte ich mir eigentlich noch ein neues machen. Mit irgendwie subscribe oder so drauf. Subscribe. Ja, mein Englisch ist too bad. Egal. Ähm. Oh fuck. Nach einer halbe Minute, denn sind sie ja schon bei 16 Minuten Aufnahme. Egal. Zwei Monate hat ja kein Video gemacht. Ihr könnt auch mal ein längeres Video bekommen. Wo ist das auf einmal hell. Wir fahren mal hier lang. Ist ja ein Gelände Wagen. Wer kann sowas. Joa. Ich hoffe, euch hat das Video mal gefallen. Auch wenn es mal jetzt nicht so spektakulär war. Hä, Speck. Ähm. Ich hoffe, ihr schaltet morgen auch wieder ein. Wenn es wieder mal heißt. Der Doktor macht nach 1 Milliarden Jahren wieder Videos. Cool, ne? Bis dahin. Das krachen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Irgendwas spektakuläres noch am Ende machen. Ich fahr eine Tanke rein. Tschüss. Tschüss. Only just because